Hallo meine Lieben, ich begrüße euch herzlich zu diesem Video. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum keine Videos von mir kommen. Das ist der Grund, ich bin seit einigen Tagen hier wieder auf meiner Insel, auf dem Malediven und möchte dir eine kleine Trance-Übung geben. Leg dich oder setz dich bequem hin für die folgenden Minuten und versuch die Gedanken einfach loszulassen. Lass dich ein auf einen kleinen Ausflug, auf meine Traumendlich. Lade dich ein, mit mir gemeinsam am Strand zu sein. Das Wichtigste ist, dass du jetzt einfach die Gedanken sein lässt, egal was es für Gedanken und Gefühle sind, die gerade da sind. Lass sie da sein, aber nimm sie nicht so wichtig. Lass deinen Atem fließen, so wie es gerade ist im Augenblick. So passt es, so ist es gut. Versuch den Atem bewusst wahrzunehmen, denn er ist der Rhythmus des Lebens und trägt dich durch dein Leben und ist verantwortlich zu einem guten Teil auch für das, was du denkst und empfindest und wie du die Dinge bewertest. Ob du etwas schwer nimmst oder leichter nehmen kannst. Gib dich dem Eindruck der Insel, auf der wir gerade rumlaufen, hin. Sieh die Spuren im Sand, wo andere Menschen schon gelaufen sind und ihren Weg gefunden haben. Tief einatmen, Bauchdecke hebt sich, kurz innehalten und den Atem wieder durch den leicht geöffneten Mund ausfließen lassen. Bauchdecke senkt sich leicht nach innen beim Ausatmen. Atem fließt von ganz allein im Rhythmus der Wellen. Du bist auf der Trauminsel und musst nichts tun, außer dir diese Erlaubnis zu geben, eben gerade einfach nur da zu sein und nichts tun zu müssen. Und dem Geräusch der Wellen, dich hinzugeben und dem Rhythmus deines Atems, der der Rhythmus der Meereswellen ist. Tief einatmen. Und kurz innehalten und wieder ausatmen. Beim Einatmen wirkt sich die Bauchdecke leicht nach außen. Und beim Ausatmen senkt sich deine Bauchdecke leicht nach innen. Deine Gedanken schweifen wie ein Boot auf dem Meer, werden sie getragen von deinem Atem. Und glätten sich wie die Boden des Meeres. Die letzte innere Unruhe verzieht sich mit deinem Atemzug, den du jetzt machst. Tief einatmen. Kurz innehalten. Das Boot berührt die See und wird getragen wie du von deinem Atem. Neuankömmlinge steigen aus einem Boot und berühren mit ihren Füßen das erste Mal wieder den sicheren Boden der Trauminsel. Trauminsel deswegen war das die Insel, die du dir immer schon gewünscht hast. Der Anker, der dir Sicherheit gibt in deinen Gedanken im Alltag. Versuch dieses Gefühl jetzt der Sicherheit des Betragenseins dir ganz bewusst zu machen und in dir mit jedem Atemzug mehr zu verankern. Tief einatmen und die Sicherheit, die du jetzt auf dieser Insel empfindest, wird in dir selbst sich ausbreiten. So wie das Waffer sich um die Steine und Muscheln herum aufbreitet und vor allem später tief einatmen und innehalten, verankern. Und aufatmen. Du siehst kleine Details auf deiner Insel, zum Beispiel eine Verklammung von Einzillerkrebsen. Die machen ja Gruppenkuscheln. Lass die Gedanken schweifen, nimm sie mich wichtig. Und lass den Atem fließen, wie die Meereswellen. Tief einatmen. Die Bauchwecke wölbt sich nach außen. Die Gedanken fließen dahin, wie die Meereswellen. Und du brauchst nichts zu tun, außer dir diese Erlaubnis zu geben. Eben nichts tun zu müssen, nur da zu sein. Und die Sicherheit, die du mit jedem Atemzug mehr in dir verankerst. Deine inneren Organe umspülen zu lassen, wie das Wasser, die Korallensplitter am Ufer umspüren. Du bist sicher und gehalten von diesem inneren Gefühl, der Weite und des Getragenseins. Lass deinen Atem weiter fließen und verankere weiter dieses Gefühl von Sicherheit. Wirf einen Blick nach dem Horizont. Das ist all das, was dir im Leben zu verfügen steht. Eine unglaubliche Weite des Seins und des Denkens und vor allem des Atmens. Über den Atem findest du den Schlüssel zu dir selbst und deinem Wohlgefühl. Je fließender dein Atem im Alltag ist, desto mehr bist du bei dir selbst und desto angenehmer fühlt sich das für dich an. Tief einatmen. Und wieder ausatmen. Vier Sekunden einatmen. Sechs Sekunden innehalten. Und acht Sekunden in den Atem ausfließen lassen. Das spielen zwei Babyhaie miteinander im Wasser. Mal reingehen. Tief einatmen. Vier Sekunden etwa. Sechs Sekunden innehalten. Und acht Sekunden etwa den Atem wieder ausfließen lassen. Atem fließt von ganz allein. Gedanken sind wie Wolken, die am Himmel gehen und verziehen sich von selbst. Du musst nichts tun, außer den Atem wieder ausfließen lassen. Und einfach nur dir diese Laune geben. Nichts tun zu müssen, nur da zu sein. Du darfst doch ganz loslassen und einschlafen. Und wenn du aus diesem Powernap erwachst, dann bist du erfrischt, innerlich gereinigt, geklärt und hast diese Sicherheit der Insel, die dich trägt. Und diese inneren Klarheit, der klaren Wellen, die dich entspülen im Inneren, diese frische, fest in dich aufgenommen und zu einem Teil von dir gemacht. Du fühlst dich gut und stark und bestärkt, du selbst zu sein. Deine Emotionen nicht zu fürchten, sondern gut zu heißen und so, wie es gerade ist, so darf es auch sein. Ich freue mich, wenn du diesen Kanal unterstützt und abonnierst und mit uns hier nicht nur gemeinsam atmest, sondern auch nachdenkst und querdenkst und vorausdenkst. Und bei jedem kritischen und wertschätzenden Video mit dabei bist, ich freue mich auf dich. Tschüss, bis gleich.